So Freunde, es kann weitergehen. Nächste Stelle, die wir meistern müssen. Das ist irgendwie ein Rätsel, wo irgendwas aus dem Boden kommt. Wir müssen mal gucken, wie wir da weiterkommen. Wir probieren mal einiges. Und zwar setzt er wieder ein Kürbis ab und muss mit dem Kürbis Rätsel lösen. Ich springe und greife an, um nach vorne zu schnellen. Weiß aber nicht, wie lange wir das machen müssen. Wie oft wir das machen müssen, gibt es eine gewisse Reihenfolge. So von da, nach da, nach da, nach da. Wir probieren es jetzt einfach mal querbeet. Ah, wir haben es geschafft. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre noch komplizierter. Aber trotzdem geil. Also, mal mit dem Kopf wieder ein bisschen rumzulaufen. Okay. Jetzt können wir hier wieder angreifen. Neuer Speicherpunkt, sehr gut. So, ich muss mal mit dem reden. Ich wollte ihn schon erschießen. Oh, wir müssen Rennen fahren, ja? Ach so, A ist schieben. Oha. Ja, wir sind dran vorbeigekommen. Ist hier noch Zeit, am Rennen zu fahren, ja? Nein, sie waren schneller. Shit. Das heißt, wir müssen das Ganze nochmal machen. Okay, aber. Wissen Sie jetzt, wie es geht? Ah. Shit. 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 Das ist so anstrengend, der Knopf nebenbei noch zu drücken. Gott, du kriegst einen Krampf im Finger, Alter. Ich kann doch mal das schaffen. Wir müssen dann aufhalten. Jo, wir haben's. Oh, war das hart. Äh, mein Finger, der ist fast abgefallen. Ich glaube, da war eine Tastatur schon mit Space besser gewesen. Ich hab die ganze Zeit auf Space gedrückt, dann wäre die Welt auch in Ordnung. Viele Aufgaben, die wir hier meistern müssen. Ich vermute mal, wir müssen hier rüber. Nee, hier geht's runter. Und den Kopf eingesammelt? Ach da. Jo, Hammer. Ach, der Kutscher wieder. Oh Gott. Gut, dass ich gerade am Wickel habe. Ich hätte eh noch eine alte Rechnung zu begleichen. Oh, Mann. Ich verkaufe diesen feinen Häutel. Ich heute ein paar Tote hier und damit andere in ihrer Haut schlüpfen können. Manchmal habe ich aber auch Leder nochmal gemacht. Ach, na gut, die zählen nicht. Lass die Dialoge wie immer mal offen, dass ihr das selber mal lest. So. Was können wir denn kaufen? Samurai können wir nicht kaufen, ist alles zu. Okay, da haben wir 32. Ausrüstung. 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 Einkaufbäden. Oh, jetzt sind wir schick aus. Ne, genauer hat sich. Ich dachte, wir müssen jetzt nochmal mit dem reden. Ich glaube, hier können wir hoch, oder? Ja, das sieht gut aus. Oh, jetzt gibt es wieder Energie. Von da kommen wir ja. Stimmt, hier sind wir ja angekommen. Muss es wahrscheinlich hier weitergehen. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Wenn du das Licht da hier ausknipst. Äh, Ruhe hier. Zack. Komm jetzt ganz schnell. Doch gleich durch. Oh, jetzt liegt der ganze Turm in die Luft. Oh nein, der Fährmann wieder. Oha. Da müssen wir uns auch wieder sehr konzentrieren. Da kippt er auch wieder das Boot tausendmal um. Ah ja, genau. Ich habe damit gerechnet, aber dass das so schnell geschieht, hätte ich damit nicht gerechnet. So, jetzt gibt es schon. Ah, Mann. So, ungeschickt lässt grüßen. Jetzt aber. Das geht ja ratzfatz. Übel, übel. Jetzt geht das schon los hier. Alter, das ist der Fährmann, ey. Das ist echt. Das wird die übelste Figur hier. Müssen wir auch mal schauen. Das ist ja gar nicht so schwer eigentlich. Das ist halt nur sehr viel mit Geschicklichkeit hier. Oha. Jetzt halten wir uns mal ein bisschen weiter zurück. Da ist man nicht gleich reinfallen hier. Ich hoffe, er kippt das Boot nicht schon wieder. Ah. Das zweite Boot. Ich habe Angst, dass ihr irgendwie rausspringt. Boah, da haben wir aber Glück gehabt. Also jetzt hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Scheiße, hier rüber. Ah, da ist das Boot. Oh, Glück gehabt. Aber nicht schon wieder. Alter, was für ein Fährmann, ey. Wie übel der Typ ist. Ah. Und ich lade kaum Energie auf, ja. Das heißt... Ah, wir sind da. Ei, 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 ei. Das war ja wieder ein Ritter auf dem heißen Stein. Mal gucken, ist da wieder so ein Geister-Nest, ja. Na, was kann ich stören, hier. Los, raus aus dem, äh, Feuerkreis. Das muss man hier alles achten muss, ey. Das ist echt Wahnsinn. Jetzt sind wir schon an der Mauer, okay? Sehr gut. Oh nein. Ich ahne, was jetzt kommt. Bestimmt wieder irgendeine Kugel oder so. Ach, das von mir. Eins. Zwei. Das geht ja, das ist ja eigentlich schnell gelöst. Zwei, drei. Das ist natürlich die Reihenfolge nicht so genau. Ich glaube, wir fangen wir an. Ach, das muss da oben bleiben, da hinten. Ah, jetzt habe ich verstanden. Wenn das denn da oben ist. Ja, dann haben wir es. Sehr gut. Ei, ei, ei. Es wird nicht einfacher, Freunde. Das könnt ihr mir glauben. Ich vermute mal, das war auch wichtig, dass wir hier runtergegangen sind. Ja, der hat hier angelegt, der will auch gar nicht weiterfahren. Muss ich da oben weitergehen? Geht's hier weiter. Geht's hier weiter. Ich dachte, ich muss schon wieder auf dieses blöde Boot. Aber ich glaub, ich schau auch noch. Dann muss ich auch irgendwann wieder Kutsche fahren. Boah, das war auch knapp. Darf hier wirklich keinen Konzentrationsfehler haben. Wie war's das? Sehr gut, da haben wir das noch verändert, dass da die Geister rauskamen. Das Nest gleich beseitigt. Super, den Turmen haben wir auch Platz gemacht. So, jetzt haben wir die Frage. Wo geht das jetzt lang? Ich vermute mal, wir müssen hier lang. Wir müssen hier lang. Rauf, okay. Wir haben uns quasi den Weg freigesprengt. Okay, das ging ausnahmsweise mal. Mal ein bisschen Energie sammeln. Müssen wir mal gucken, wo wir weiter müssen. Geht's da hinten weiter? Das sieht so aus, als wenn's hier weitergeht. Aua. Ah, ärgerlich. Das hätte nicht sein müssen. Ah, okay. Aber wie das Thema, wie beim Rennen, man kennt die Strecke nicht. Äh, Wopps, springt da irgendwas stimmt da an der Stelle noch nicht. Irgendwas machen wir da noch falsch. Ich lass das Versagen diesmal aber auch drin. Ich hab Lust, das immer zu zensieren und rauszuschneiden. Da, wo ich jeder sehe, dass man halt auch mal nicht so gut spielt. Ach, hier geht's lang. Jawoll. Den haben wir auch ordentlich eine auf den Pelz gebrannt. Ja gut, das gibt nochmal ein bisschen Energie zum Aufladen. Super. Ah, ich ahne was. Oder? Ne, doch nicht. Ich dachte eben, äh, ich muss wieder irgendwie Lore fahren. Und dann das hier Ganze irgendwie explodieren lassen. Geist, die umnachtete Monster, das ist auch geil. Wir machen jetzt mal das andere. Wir fangen mal anders an. Gleich das Nest, der uns mal zerstört. Sehr gut. Jetzt ist hier Ruhe. Nochmal aufdahren. Energie ist da. Aber du kannst losgehen. Hier den Kopf muss man noch einsammeln. Das nächste Mal, dass wir uns hier den Weg freisprengen. Hier wimmelt... Hier wimmelt es nur so von Ratten. Oh, ihr könntest die Nester kaputt machen. Fertig. Nächste. Auch fertig. Ist auch noch wieder ein Nest. Und ist, dass er auf den Spring schießt. Jetzt müsste Ruhe sein. Ne, da ist noch eins. Ja, den machen wir zuerst platt. Dann fangen wir an, den Wagen zu schieben. Der zwei sogar. Ja. Alter, was für ein Geflimmer hier. Energie gut aufgeladen. Sehr gut. Voll Energie. Dann kann es weitergehen. Und der nächste Weg wird freigesprengt. Ah, nächster Speicherpunkt. Sehr gut. So ist besser. Sehe ich auch so. Die haben Angst vor uns. Letztes Mal habe ich noch gedacht, ich komme da so einfach ganz locker durch. Der erste noch habe ich kaputt geschossen. Ist auch weg. Ah, da kommt immer noch Konkurrenz. Ich muss hier auch echt verschießen, ja? Und das schaffe ich sonst nicht. Dann stellt mir nämlich der Finger ab. Hey, das war mal knapp. Los. Stopp den einen Wagen hier. Ah, kommen wir gleich den nächsten. Oh Gott, was mache ich denn da? Natürlich weiter drücken. Oh, der Finger fällt bald ab. Es ist so ein geiles Gefühl, wenn der Finger sich schon fast verkrampft. Jo, wir haben es geschafft. Alter, mir ist so der Finger abgefallen. Mal ausschütteln. Da verkrampft sich doch einiges, ja? Aber erst mal trinken, damit er gespeichert wird, ja? Uh! Seht hier echt böse aus. Großer Platz. Ah, der Platz jagt mir echt Angst an. Das habe ich auch gedacht. Aus dem Grund hier. Gucken, wie wir über den bekämpfen müssen. Wow, du bist ja ein großer Ausschieb. Er will mich zerquetschen. Oh, die grafen mit dran. Ich hoffe, die helfen mir. Ich habe gar keine Energieanzeige, der Riese. Das scheinbar muss er einfach nur überleben. Ne, die grafen mich an. Okay. 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 Ein neuer Rekord, ja, hurra. Ich muss jetzt erstmal rausfinden, wie ich hier weiterkomme. So, erstmal muss ich hier vor ihm weglaufen. Dann warte ich, dass dieser große Turm da ist. Und mit dem. Genau. Und dem mache ich platt und dann habe ich ihn das erste Mal, glaube ich, verletzt. Stört er den selber, muss ich den zerstören? Er zerstört den selber und verletzt sich damit selber. Übel, das musst du ja jetzt erstmal überleben, ja? Okay, weg vom Boden. Ich hoffe, dass noch ein paar Kisten über sind, dass er Energie sammeln kann. Ja, die ist, das hat hier klappt. Ich hoffe, dass die gleich wieder mit irgendwas kommen. Nächste Turm. Das ist eine harte Nummer, muss ich sagen. Ich wollte gerade Waffen wechseln, aber macht keinen Sinn. Der verletzt sich damit selber. Kann ich ja eigentlich noch schneller laufen? Nee, ne? Okay, hier kann ich mir die Füße verbrennen. Alter, ist das übel. Ich hoffe, das hört bald auf, weil ich muss ja Energie sammeln. So, letzter Versuch, Freunde, wenn das dann nicht in der Ort. Dann machen wir erstmal Schluss. Ich würde auch sagen, ich laufe hier erstmal weg, bis der kommt. Ja, das... Ich hoffe, Angelegenheit hier. Ja, sehr gut. Jetzt hat er sich selber verletzt. Jetzt habe ich Energie gesammelt. Aber wir haben keine mehr groß. Ich weiß gar nicht, ich vermute mal, wir müssten das Ganze wieder dreimal überleben. Ah, das wird nichts. Ich weiß gar nicht. Leute, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich denke mal, dann werden wir ihn auch in Ruhe bekämpfen und schaffen das dann. Ich würde sagen, bis dahin.